Was weiß ich, ob hat den eigentlich nicht mehr... 5... 4... 3... 2... 1... Genwie? Ja. Könntest du mal fliegen? Nee, was ist das? Das ist so ein großer Stein. Dann reinspringen und dann schmeißen sie alle hoch. Aha. Ist nicht wirklich so? Klaus. 6-6 hat das vor. Da hinten mein... Ja, ich wollte gerade den Basteln. Vielleicht ich würde es finden, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, sehr gut. So, Basteln. Gleich Willkommen. Nee, Deutschen. Ja, ich habe dieses Verhalten. Gebt mal am besten einen Eindruck mit Basteln. Ja, alle recht. Dann muss ich mich hinbekommen mit Basteln da. Mit dem da hinten, genau. Ja, ich habe die Kugel wieder nicht verlängert. Ich bin ein Scheiße. Ja, die Leanderrade. Trotzdem nichts brauchen. Ja, trotzdem. Ich habe nicht mal drauf geachtet. Mit den D-Bass müssen wir da raus. Und der jetzt den Personal dann gleich an, weil sich das so überschneidet. Schöp. Kone kommt. Gott, bin ich gar nicht. Der Tank ist drehen. Scheiße. Genau. So. So, ich Jäger ritzen. Nee. Wow, rude. Das ist gut. Und gleich. Oh, jetzt muss ich ran, irgendwie. Ja, es muss doch ran, ja. Schaffe ich. Ich kann dann, glaube ich, auch Jäger retten. Obwohl er vielleicht mit Hengen kann, oder? Ja, jetzt. Nimm mich an. Das heißt auch, wenn Jäger ist einer von den wenigen Spielern, denen ich es zutraue, dann rettest du nicht anzunehmen. Okay. Oh ja, ich auch. Wirklich so. Ich glaube, die Hälfte würde ich immer auch annehmen. Bitte. Bin ich eingestürzen. Lass mich mal einstecken. So. Umstände. Vielleicht können sie dann die Bombe und so. Ja. Und dann direkt in der Weckstörung. Das stimmt. Achtung. Ecke zu. Wollen wir zu blau. Rein wie die Seelenpumpe. Ja. Ich dachte, es ist die fette Elke. Hanken vielleicht ein Viertel ziehen. Ich weiß nicht, ob du das überlebst. Kriegst du dir noch einen Stack, oder? Ich versuch's. Easy. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Zweiter Bad. Dann fette ich. Ich nehme Ander. Ja. Nehm du ihn. Jetzt annimmt es euch genau im Strahl. Hehehehe. 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 Warum nicht. Pop. W- W- Ch- W- 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 Er hat mich sterben lassen, ihr Schlinge. Ich geh dann eher zu blau. Okay. Und haut alle erst mal nur auf einen Mob. Ja, auf den Holi am besten. Können wir machen. Die physischen Leute rennen schon hin zu dem physischen Mob. Nice. Erstmal alle nur auf einen. Oder physisch sind glaube ich auch die meisten, oder? Ja, die Holis halt. Warum haut der Mob hier die Leute tot? Der haut einen nach dem anderen tot. Einer muss fank werden, oder? Fank einen Holi, bitte. Wir haben mit der Kudo gefackt. Nein, ich bin. Jetzt habt ihr aber... Es sind alle abgestochen. Aber es ist nicht so schlimm. Wir hören ja eh gleich alle wieder. Bleibt mit den Kleinen auch immer schön. Alter. Da ist ein Riefen durchkommen. Das ist ja lieber schon. Ach Trank. Okay. Den ich gebraucht. Jetzt die Waffen haben gewechselt, oder? Ich freue mich schon. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon. Bleib mit den Dingern stehen. Damit die anderen sich orientieren können. Das ist tausendmal anders. Es ist schlecht, aber gut. Wir werden ja klingen. Wir müssen echt aufpassen was ihr klingt. Was ist das da? 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 Tief, mit der Waffe, vielleicht, doch nicht Frost King Sind sie wirklich überzeugt, wie ich da Brust erst gerade auch nicht? Auf jeden Fall einer der schwächlichen Brust-Bettler sind, ja, es wird echt beendet Weil einer ist jetzt die High School, kannst du halt leichter parken Ja komm, aber das ist doch auch schon irgendwie so geiles Gefühl, wenn man so, hey, ich hab mit meinem Twink den Boss geschafft und so ist halt einfach, jo, muss ich alles Ja, keine Ahnung, der Blackrock-Foundry, letzter Boss hast du nie gemacht Doch, ich hab den miteinander gemacht Okay, Jaden hab ich jetzt auch immer geskippt, bitte, mit den Twinks Und immer haben sie mich, ach guck, der gibt einem einfach volles Mana, das ist ein Läckerlige, mein Nihainke Und immer, immer haben sie mich gefragt, hey, kannst du die Autos keißen? Oh, shit Was müssen wir jetzt eigentlich ankommen? Du bist dann ankommen cool, da und nehm mich an Vergesst du mal deinen Vergesst du mal deinen Ja, genau, hey Mein Spiel ist einfach so, dass wir ankommen Hast du das so gesagt, Bibi? Ach, bock das war los Sag der nicht Hey Gip ... Gip 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 Das geht irgendwie durch zum Baya Äh, theoretisch wäre es auch toll wenn ihr ihn wieder in die Nähe von Gelb ziehen würdest, aber bitte auch Ich bin ein bisschen weit weg vom Bäumen, ich bin ein bisschen fech, aber... So, ich spott nicht. Nein, nein, nein. Ich spott nicht. Geh weg, geh weg. Warum? Das läuft nicht mehr ab. Geh weg. Ja, du lässt einen sterben. Der lässt dich mit dem Bäumen sammeln und kugeln einen. Wenn die Orte geteilt, dann folgt werden. Hauptsache da. Auf geht's drauf! Das ist auch immer so das Schlimmste. Das ist eine Wendung, die Orbs. Ja, die werden riesengroß, hab ich schon gesehen. Und dann... Solvers? Wo war blau? Ich find blau nicht. Ah ne, Solvers ist nur rauslaufen, oder? Ja, genau. Die sterben wahrscheinlich, also du hast ihn los. Ich hab was, ich geh Bär. Guck hier. Ah, ich bin ein bisschen zu früh in Bär. Pff. Egal. Derjenige kann unten dann immer kugeln einen Einsatz. Alter, was war das für ein crazy Eel cooldown? Das war, glaub ich, Ding, oder? Von... 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 Tobi... Ja. Ah, muss wohl. Okay, Kugeln... Na, Kugeln, na? Cool. Und... Modul. Ich bin froh, dass ich nicht irgendwelche Kugeln suche. Ich hab keine Ahnung, ob ich die kennen würde. Modul ist die Kugeln. Jetzt kommt's gleich. Auf alle Modulen, ja? Siri, du sagst das sonst. Herzlich. Beware. Lass dir auch sonst Externals geben, dass du noch ein bisschen überlegst. Whitejack, geh mit der Bombe ganz raus, bitte. Kann ich noch weiter landen, oder? Beware. Komm hoch, oder? Ja. Ja, aber er muss langsam hoch. Ja, wir kommen nur hoch, richtig sterben. Schnell, schnell, schnell. Kudo bist da. Mit Ferry. Ja, ja, ja. Aber wenn du stirbst, kannst du auch mit volles Mana hoch. Ach so, ich wurde Ferry. Ach so. Keine Ahnung. Alles super. Egal. Das war's. Wer wird sterben? Das war's. Vielen Dank.